recht herzlich willkommen zur folge nummer 103 von towns laden wir unseren spielstand ja und dann schauen wir mal rein so da sind wir wieder gleich mal eine stufe schneller machen okay gehen wir auch tiefer rein hier gibt es jetzt auch schon andere essen essen mushroom soup und da gibt es dann weg zum gebackenen bananen guck an es geht doch jetzt können die hier natürlich auch ein bisschen happier werden wenn man solche leckeren sachen haben hier ist auch einiges weg hier oben das dach haben wir immer noch da ist etwas doof aber naja irgendwann wird schon werden na okay machen wir mal hier auf darauf dorthin dahin und dann dort und war dann mal hier ein paar steine hin oder naja das funktioniert ja gut den hätte ich gerne und warum macht er hier nicht drei und dann da drei es ist ja herrlich das ist doof das passt eigentlich ja das sind die tücken mit so bachs ne da vorne möchte ich keinen deswegen aha okay lassen was hat keinen sinn gehen wir mal zur dachspitze und machen wir obwohl es stellt sich mir die frage nee wir wollen ja nur bis dahin da kommt das dach ja schon mal höher noch mehr genau nee dann können wir das mit den steinen doch tatsächlich so ziehen oder gut gucken wir vielleicht wird es mir irgendwann mit dem dach wirklich noch was ich glaube hier haben wir auch noch nichts ach das ist doch blöde zu bauen das dach und nicht nur das dach so jetzt wird es da unten irgendwo gebaut das will ich aber nicht ich hätte gerne in meiner etage ein dach das kann nicht so schwer sein oder voll baggy das ding no events was ist da kommen wir in der party ist angezeigt okay das dach lassen wir erstmal weg bis da irgendwas gebaut sein könnte ich will aber doch das dach haben und zwar möchte ich gerne hier ein dach haben und nicht in dieser ebene sondern oben oben kann es doch nicht sein oder das baut er wieder da unten ja da gibt es nur eins hier zack löschen eine etage tiefer löschen wo löscht er jetzt bitteschön alles weg gut da fallen wieder tausende dann durch das müsste funktionieren jetzt wird wahrscheinlich aber kein dach gebaut guck mal an da wird auch schon ein dach gebaut ja da kann man es durchziehen gucken wir mal wie es wird vielleicht baut das ja einer mal gut gehen wir mal unten gucken was der sache ist was ist hier passiert aha da schon mal weiter geguckt worden man hat da auch diese steine entdeckt dann ist aber alles zu ende schon wieder oder was wollen wir uns da weiter vor und da weiter vor und dort weiter vor genauso wie dort weiter vor und wenn wir schon hier sind dann da auch gut hier noch irgendwo was gucken wir mal auf minimap erne gut da geht's da geht's auch gut passt dann haben wir hier hinten noch was ach so da zeigt er wohl die mine an die drei steine kommen auch weg die auch da auch da kriegen wir auch hin und hier wird wohl überall nichts sein da machen wir die steine aber mal weg da geht sogar noch ein bisschen weiter hallo den will er nicht ah da könnte sein dass er auf dem boden ist das könnte sein ja das sieht ganz danach aus ok hier machen wir noch einen weiter genauso wie hier tiefenbohrung anstellen und da schauen wir erstmal später die machen wir alle weg gut gehen wir tiefer und ich glaube hier haben wir überall schon gesehen hier aber wohl noch nicht hier hatten wir noch so einen raum der hier eine wunderbare ausbeute ist gut und da oben war auch noch was jup oh guck mal hier haben wir sogar was entdeckt jetzt ja gut da gibt's noch kohle wir werden diesen gang entdeckt und dann haben die wir weiter gesucht höhlen wir das auch mal weg gut ok das ist auch schön wie weit sind wir in der tage tiefer sind wir hier oben noch haben wir dann noch weitere möglichkeiten hier gibt's noch welche da machen wir auch noch was weg da haben wir schon alles entdeckt hier heben wir mal die kohle aus hier machen wir das gleiche mit den steinen und dem eisen da ist erstmal nix das lassen wir so hier machen wir noch was wenn wir schon dabei sind da auch gut tiefer waren wir glaube ich noch nicht nein reicht doch erstmal noch ok gehen wir hoch essen gibt's was die tonne ist nix gebracht worden raues fleisch haben wir da ja der Friedhof ist auch toll was macht hier unsere neue Farm äh was wollten wir denn hier anpflanzen Radieschen glaube ich das passt und da unten wollen wir die Jungle Mushrooms machen ne passt auch so sollte werden Spiel in Pause kann das sein Jupp ein Angriff von drei grünen Schleimen super naja gut mit dem Berg sind wir natürlich schon ein Stück weiter den werden wir jetzt mal noch hier ein bisschen plätten komm wenn schon denn schon dann machen wir das mal jetzt richtig da ist nix besonderes und da auch nicht gut Happiness geht bestimmt jetzt runter dadurch ja wäre schön wenn die Happiness natürlich höher geht aber irgendwie haben wir da ja kein Glück hier oben wird auch nichts gebaut mehr keine Dachdecker da oder was hm hier geht auch nichts voran hier können wir noch ein bisschen was drehen oder das die Schränke hat auch keiner gedreht dann wollen wir das doch mal machen ne so sieht doch schon gleich besser aus das auch noch und den letzten auch noch wieso geht der nicht achso der steht schon noch alles klar schön gut Kuchen haben wir da haben wir noch ein Schild das wollen wir eigentlich hier dran machen aber das können wir noch nicht dran machen weil wir dann nicht so weit sind hm tja hier passiert jetzt auch nichts so jetzt aber wir haben höchste Stufe die flitzen nur so aber ich weiß nicht was sie flitzen aber nicht hier was ja und dann werden wir doch mal hier die Prioritäten setzen wieder anders dann funktioniert auch wieder was oder obwohl ich es nicht irgendwie für richtig halte das so läuft schade drum okay essen wird ja genug gemacht erstmal irgendwann müssen wir auch mal das Dach zu kriegen ne was mir da einfällt wir können auch noch das Dach da oben weitermachen weil hier soll ja oben auch noch Dach drauf wunderbar vielleicht wird das ja was weiß ich nicht vielleicht sieht es nachher schick aus vielleicht auch nicht ja was machen die jetzt gerade alle hier wird geerntet das ist okay da wird gearbeitet das geht mir auch gerade so aber sonst was ist sonst los hier ne die haben bestimmt alle hier das hier und da ist auch nichts passiert die blauen Radieschen ernten wir jetzt erstmal hier hier so hier haben wir auch einen Pilz den können wir auch mal machen haben wir nur einen Pilz ne das was wird mit den Pilzen da kommt jemand was macht der jemand hat ein Radieschen erstmal gezogen zwei machen das und irgendwie da an der Seite gelegt und das war's ne schön hm hm ja ja oh da haben eine Schlägerei stattgefunden aha das liegt daran dass da was entdeckt worden ist ne die Wand ist durchgegangen das ist natürlich nicht so schön ne zwei davon gestorben und den Zitsche haben wir jetzt auch noch und naja da kommen ein paar ein Held haben wir gar nicht mehr auch nicht so schön und jetzt müssen wir gucken dass wir nicht auch noch sterben ne eben ist ein Red Sky ja guck mal an was bringt uns ein Red Sky hm schade wo sind sie immer noch hier aber jetzt marschieren sie los geangelt wird gerade nicht grüner Schleim voraus der ist ziemlich zielstrebig und die Spinnen sind auch schon unterwegs okay die haben dann schon mal keine Chance weil die zu zweit sind die beiden das ist ja schon mal was da wurde gerade jemand beerdigt hm oh oh ja sieht aber gut aus na gut ja ich glaube das war's oder haben wir bestimmt geschafft ja gut ich denke mal diesen Angriff haben wir überlebt sogar mit sieben Leuten da wird Zucker holt und Essen zubereitet Essen haben wir wohl genug hier drin ist natürlich nix von den Leuten die wir haben sehe ich immer nur zwei wo die anderen fünf sind weiß ich nicht wahrscheinlich unten irgendwo tja einer ist da einer ist da unsere Kämpfer sind verbundet steht da drei von sieben sind hier ja gut Ist das einer von den dreien? Ja. Ja, Naupen wieder, ne? Da hat jemand Hunger, holt sich was zu essen. Er hat sich auch was zu essen geholt. Da ist der Nächste, der sich ins Bett legt. Dann müssten wir hier unten noch das haben, wo die gefallen sind, ne? Ne, das war nicht hier, das war noch tiefer, oder? Hier ist alles prima. Tja. Hier irgendwo was Besseres zu sehen, nein. Da laufen sie, da oben laufen sie auch. Dreier, die jetzt Holz holen. Jetzt wird es interessant. Ich glaube, jetzt machen sie mal endlich Dachspitzen, oder was? Jetzt ist gerade wieder eine Pause drinnen und wir haben wieder einen Angriff. Wo ist der diesmal? Kann ich nicht sehen. weiterlaufen lassen. Sind es die beiden? Nö. Da kommen die zwei, sind doch zwei von denen. Lasse laufen, die bringen das sowieso nicht. Oh, jetzt weiß ich, was die eben gemacht haben. Die haben mir die ganze Ebene platt gemacht, kann das sein? War ja auch nicht schlecht, ne? Guck, da kommt eine Dachspitze. Aha, die kommt da oben hin. Die nächste kommt daneben. Jetzt will ich nur noch eine da oben. Aber die bringt keiner. Ja, schade. Hier wird wieder die Ebene abgebaut, das ist gut so. Wir sind zu zweit jetzt zugange. Dann geht es ja auch schneller. Auch nicht schlecht, ne? Dann haben wir es bald geschafft, den Garten hier zu richten. Das funktioniert noch nicht. Falsche Ebene. Gut. Zum Dritt sind sie da dran, ne? Da kommt noch eine vierte Person. Die ist auch dabei, gut. Was machen unsere sieben? Nix. Immer scheiß Stimmung. Okay. Da geht es auf jeden Fall voran. Das ist ja schon mal etwas, ne? Okay, dann würde ich sagen, speichern wir ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.